Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch zeigen, dass es eine wirklich gute Alternative zu Windows 10 gibt. Warum man sich Gedanken machen sollte, überhaupt zu wechseln, das erzähle ich euch jetzt. Vor langer, langer Zeit, in der es gerade mal drei Fernsehprogramme gab, in der Faxgeräte noch zur modernen Technik gehörten, zur Geburtszeit von Filmen wie Zurück in die Zukunft, Der Terminator oder Nummer 5 lebt, in der Zeit, in der Billy Idol, Madonna, Michael Jackson, Freddie Mercury oder auch Nena die größten Musikidole waren, in dieser Zeit bekam ich meinen neuen PC. Ein Desktop mit einem Intel 80286er Prozessor. Und das Beste? Der hatte sogar eine Festplatte, das war gar nicht so üblich. Diese Festplatte hatte 20 MB Speicherplatz. Jetzt höre ich schon, euer großes Gelächter, das ist ja gar nichts. Ja, stimmt. Zu der Zeit war das aber was. Und das Ding hat 2000 Mark gekostet und gehörte eigentlich schon zu der oberen Klasse. Dieser Desktop wurde mit einem Microsoft-Betriebssystem auf Floppy Disk ausgeliefert. Das sind so weiche 5,25 Zoll große Scheiben im Plastikgehäuse. Und darauf befand sich das MS-DOS 3.3, das Microsoft Disk Operations System. Alles ganz toll. Jetzt muss man aber vielleicht mal wissen, MS-DOS ist der Nachfolger von Q-DOS. Und Q-DOS heißt Quick and Dirty Operations System. Also ein Operationssystem oder Betriebssystem, was einfach mal schnell und dreckig programmiert wurde. Das kann einem ja schon zu denken geben. Aber zu der Zeit habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Und seitdem benutzte ich brav Microsoft Software. Erst MS-DOS, dann Windows 3.1 und in den 90ern natürlich Windows 95, 98 und irgendwann kam dann noch die Millennium Edition. Man hatte ja Angst, dass zu einer Jahrtausendwende die ganzen Computer abstürzen. Gut, das ist ein anderes Thema. Bereits bei Windows 95 gab es Gerüchte, dass der NSA Code implementiert hatte. Aber was war dieser NSA? Keine Ahnung. Und was geht mich das überhaupt an? Hauptsache es läuft. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist auch viel bequemer. Und so ging es weiter. Mit Windows NT, Windows XP, Windows 2000 und Windows 7. Immer auf dem neuesten Microsoft-Stand, wie das alle gemacht haben. Doch seit 1995, als ich noch in einer Software-Schmiede arbeitete und programmiert habe, habe ich so langsam Unix kennengelernt. Da wurde nämlich ein Terminal programmiert und in der Mitte der Firma stand der dicke Unix-Server. Und zu der Zeit kam auch ein neues Betriebssystem auf die Welt. Auf dem Markt können wir jetzt nicht sagen, denn dieses Betriebssystem war umsonst. Das darf gar nicht verkauft werden, denn das hat eine Lizenz mit einem Copy Left. Nach dem Gedanken, Software ist freies Gedankengut. Aber so richtig konnte ich mich noch nicht mit anfreunden, denn eine Desktop-Variante, die jetzt meinen Anforderungen genügte und mit meiner Hardware lief, die habe ich nicht gefunden. Und in dieser ganzen Zeitspanne, in dieser ganzen Entwicklung baute Microsoft sich immer mehr zum Monopol aus, indem es andere Firmen aufkaufte oder zum Konkurs brachte. Microsoft wurde immer mächtiger. Händler werden genötigt, ihre Computer mit Windows auszuliefern und Hardware-Hersteller dazu gebracht, alles Windows-kompatibel herzustellen. Das sind Fakten und wenn ihr mal unten in der Videobeschreibung guckt, da gibt es so ein paar Reportagen von ARD, ZDF, die das auch nochmal beleuchten, was es da für Gefahren gibt. Mir wurde es erst richtig bewusst, nachdem ich einen neuen Laptop gekauft habe und der natürlich auch mit Windows 10 vorinstalliert wurde. Als erste Handlung sollte ich die EULA, also die Lizenz, bestätigen. Und da steht sowas drin, wie dass Telemetriedaten erstellt werden, dass Microsoft sich das Recht vorbehält, die Daten zu durchsuchen und wenn da was nicht stimmt, können sie auch die Daten weitergehen an Dritte. Man muss ein Microsoft-E-Mail-Konto erstellen und das ganze Betriebssystem ist auch nur eine Leihgabe. Es gehört immer noch Microsoft, die können damit machen, was sie wollen, insbesondere bei ihren vielen Updates. Das habe ich versucht zu vermeiden. Ich habe mich drangesetzt, habe geguckt, ob man diese Telemetriedaten abstellen kann. Das habe ich lange praktiziert. Irgendwann habe ich aufgegeben und selbst wenn man es wirklich schaffen würde, nach dem nächsten Update, sieht alles wieder genauso aus. Jetzt gibt es wahrscheinlich böse Kommentare von den vielen Microsoft-Fans da draußen. Doch bevor ihr eure Hass-Mails losschickt, schaut euch wirklich mal die Videobeschreibung an. Da gibt es so ein paar Videos, die sollten euch auch zum Nachdenken bringen. Gut, manche können nicht anders, die müssen wahrscheinlich da durch, weil die Firma ihnen vorschreibt, wir müssen jetzt alles mit Microsoft machen. Auch die sind schon geknebelt. Dennoch möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, ein Betriebssystem von Linux zu installieren, wie einfach das ist und wie schnell das überhaupt geht. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr braucht einen USB-Stick oder eine DVD. Ich habe jetzt hier Windows gestartet und das Erste, was wir natürlich brauchen, ist ein Installationsmedium. Dazu öffne ich hier den Firefox und da bin ich schon auf der Seite linux-mint.com. Linux-Mint wird zusammengeschrieben, seht ihr hier oben. Und da gehen wir in den Download-Bereich. Und dann habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten an Oberflächen. Bei Linux gibt es eine ganze Menge an Oberflächen. Ihr könnt euch da mal so durchwuseln, was euch am besten gefällt. Ich habe jetzt hier als Betriebssystem noch Windows 7 und deswegen nehme ich mal eine Oberfläche, die Windows 7 sehr ähnelt. Und das wäre dann diese Cinnamon-Oberfläche. Ich brauche 64-Bit und dann klicken wir mal da drauf und dann können wir hier das herunterladen. Ich suche mir einen deutschen Server aus, am besten irgendwie eine Uni oder sowas. FH Aachen hört sich doch schon ganz gut an. Klicke ich drauf und da wird schon mein Download-Fenster geöffnet und wie wir hier oben sehen, ist das dann eine ISO-Datei. Datei, speichern und OK. So, das brauche ich jetzt ein bisschen. Und hier mache ich einen kleinen Cut. Okay, das war's. Das dauert natürlich einige Zeit. Je nachdem, was ihr für eine Internetverbindung habt. Ihr müsst ja nicht die ganze Zeit auf diesen dummen blauen Balken schauen. Trinkt euch ein Bierchen oder holt euch einen Tee. Im schlimmsten Fall macht ihr das nachts. Lasst einfach euren Rechner über Nacht laufen. Jetzt schaue ich mir das mal an, wo die Datei ist. Dazu gehe ich hier auf diesen Ordner. So läuft das bei Firefox, aber bei anderen Browsern ist das ähnlich. Jetzt bin ich im Ordnerverzeichnis und der hat das hier im Downloadverzeichnis von Windows 7 heruntergeladen. Aber ich brauche jetzt noch mehr. Ich zeige euch jetzt auch noch mal, wie man das mit einer herkömmlichen DVD macht. Also wir können ja auch bei vielen Rechnern noch über DVD-ROM booten. Und dazu empfehle ich euch CDBurner XP. Und hier gehe ich auch wieder auf Download. Auch hier haben wir verschiedene Versionen. Wahrscheinlich braucht ihr die 64-Bit-Version. Also 64-Bit-Setup. Und Datei speichern. Hier oben können wir uns das wieder anschauen. Aber da ist er schon fertig. Hat gar nicht lange gebraucht. Ich gucke mir das noch mal im Ordner an. Ja, da ist unser Setup. Und durch einen Doppelklick auf die Datei werde ich das erst mal starten. Ausführen. Hier wird nach Administrationsrechten gefragt. Drücken wir einfach auf Ja. Gut, das lesen wir uns alles durch oder auch nicht. Ich akzeptiere die Vereinbarung auf Weiter. Und unter C-Programme wird das dann installiert. Und dann auch wieder auf Weiter. Die ganzen Sprachen, die brauche ich eigentlich nicht. Das Einzige, was ich haben möchte, ist Deutsch. Da müssen wir unter German gucken. Und wieder weiter. Für alle Benutzer auch OK. Installieren. Und fertigstellen und das Programm starten lassen. Das schließe ich hier mal. Und so sieht jetzt das Startfenster aus. Ich habe den Browser verkleinert. Das scrollen wir einfach zur ISO-Image-Datei. Also ISO-Image-Brennen. Auf OK. Und dann sind wir schon mitten im Programm. Hier oben ISO-Image zum Brennen auswählen. Gehe ich auf Durchsuchen. Und lade mir die ISO von meinem Linux-Mint herein. Da habe ich sie schon. Jetzt gehe ich auf Öffnen. Und jetzt muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe hier im Moment kein Laufwerk angeschlossen. Das müsstet ihr noch auswählen. Dann hättet ihr hier noch die Brennmethode. Das ist dann die Geschwindigkeit. Anzahl der Kopien könntet ihr noch einstellen. Hier vielleicht noch einen Kompatibilitätstest. Und dann einfach Medium-Brennen. Ja, und das war es dann schon. Und hinterher habt ihr dann eine DVD, von der ihr booten könnt und damit Linux-Mint installieren könnt. So, und dann brauchen wir das auch schon nicht mehr. Ab in den Mülleimer. Jetzt schauen wir uns nochmal die Methode mit dem USB-Stick an. Da muss ich nach Rufus. Das ist diese Webseite. Rufus.ie Und hier steht, erstellen Sie bootfähige USB-Laufwerke auf einfache Art und Weise. Und hier haben wir schon so ein Beispiel mit Ubuntu. Jetzt müssen wir natürlich erstmal unseren USB-Stick einlegen. Vorsicht, die Daten werden alle gelöscht. Kontrollieren wir das mal kurz. Ich gehe auf den Explorer. Und da ist er auch. Wechseldatenträger E. Gut, USB-Stick ist drin. Jetzt laden wir einfach das Programm Rufus herunter. Hier ist mein Download-Bereich und ich gehe auf Rufus 3.8. Wenn da eine andere Versionsnummer steht, ist das auch egal. Datei speichern. Und auch hier wird wieder Rufus heruntergeladen. Das war auch nur sehr klein. Ich gehe auf meinen Ordner und da haben wir unsere dritte Datei. Auch das starte ich durch einen Doppelklick und wieder administrative Rechte bestätigen. Und da ist es schon. Auch jetzt werde ich hier wieder im Hintergrund erstmal alles andere schließen. Hier haben wir sofort unseren USB-Stick erkannt auf Laufwerk E. Hier habe ich die Startart. Dann gehe ich hier hinten auf Auswahl und da ist er auch schon wieder unter den Downloads meine ISO-Datei mit meinem Betriebssystem. Und öffnen. Jetzt durchsucht er das alles. Jetzt hat er hier sogar die Startart sofort reingeschrieben. Und das ist eine Boot-fähige Datei. Hier könnt ihr noch das Partitionsschema eintragen. Hier steht er gerade auf MBR Master Boot Record. Das ist das alte MS-DOS-Partitionsschema. Und da könnt ihr auch GPT auswählen. Das ist dann für große Platten oder diesen ganzen UEFI-Standard. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren, was ihr jetzt für einen Rechner habt. Wenn ihr etwas Moderneres habt, dann würde ich GPT wählen. Und das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Hier haben wir das Dateisystem. Das lassen wir auf FAT32 stehen. Und die Größe der Zuordnungseinheit, das lassen wir alles so im Standardbereich. Steht hier schon fertig. Wir gehen aber erst auf Start im ISO-Abbildmodus schreiben und OK. Jetzt kommt noch eine Warnung. Nicht erschrecken. Das habe ich euch vorhin schon gesagt. Hier werden natürlich alle Dateien, die sich auf dem Stick befinden, gelöscht. Und OK. Jetzt löscht er die Partition, schreibt die MBR-Partition drauf, beziehungsweise auch GPT. Und jetzt wird partitioniert. Das heißt, die Festplatte oder der Stick wird eingeteilt. Dann wird er formatiert. Jetzt wird er also vorbereitet für das Dateisystem. Und jetzt kopiert er sämtliche Dateien auf den Stick. Und fertig. Jetzt können wir das Programm schließen. Und wir haben unseren fertigen Boot-USB-Stick für Linux erstellt. Jetzt wird es unter Umständen etwas komplizierter. Aber ihr solltet in jedem Fall wissen, wie ihr von einem anderen Medium, sprich DVD oder USB-Stick, booten könnt. Und nicht nur, wenn ihr ein neues Betriebssystem installieren wollt. Nein, auch dann, wenn eure Festplatte den Geist aufgibt. Dazu ist ein Ausflug ins BIOS bzw. UEFI-EFI unerlässlich. Wer Windows 10 benutzt, weil er sich einen neuen Rechner gekauft hat, der geht folgendermaßen vor. Als erstes werden wir hier auf den Windows-Button gehen. Dann auf den Ausschalt-Knopf. Und jetzt können wir wählen, herunterfahren und neu starten. Bevor wir auf Neustarten drücken, halten wir die Shift-Taste fest. Danach kommen wir in dieses Menü, wo wir eine Option auswählen können. Wir gehen auf Problembehandlung und auf Erweiterte Optionen, bloß nicht den PC zurücksetzen. Und hier habt ihr unter Eingabeaufforderung und über zum vorherigen Bild zurückkehren die Start-Einstellungen. Beziehungsweise bei euch werden das wahrscheinlich die UEFI-Einstellungen sein. Da steht dann UEFI-Firmware-Einstellung, Einstellungen in der UEFI-Firmware des PCs ändern. Dann kommt nochmal eine Abfrage, ob die Firmware-Einstellungen wirklich geändert werden sollen und auf Neustarten klicken. Und jetzt müsstet ihr in euren BIOS-Einstellungen gelangt sein. Für einen Rechner mit Windows-Logo muss dieser sogar über UEFI gebootet werden, da Microsoft dies vorschreibt. Meiner Meinung nach noch eine Methode, um das Machtmonopol auszubauen. Wenn ihr nun von einem anderen Gerät als von eurer Festplatte starten wollt, müsst ihr die Gerätereihenfolge zum Booten ändern. In fast allen Fällen ist die Festplatte als erstes Gerät, englisch First Device, voreingestellt. Und genau hier sind die Änderungen vorzunehmen. Für ältere Rechner ohne UEFI gehst du wie folgt vor. Nach dem Starten muss je nach Hersteller die Entfernen- bzw. Delete-Taste oder eine bestimmte Funktionstaste gedrückt werden, um ins BIOS zu gelangen. Da steht auch kurze Zeit unten auf dem Bildschirm. Vielleicht ein kleiner Tipp, nehmt euch das Handy und macht ein Foto, dann seht ihr das. Falls eure Maus nicht unterstützt wird, und das wird bei den meisten alten BIOS-Systemen der Fall sein, navigierst du einfach mit den Pfeiltasten. Wenn du dich jetzt im BIOS befindest oder im UEFI, dann such nach dem Menüpunkt Boot. Gehe mit den Pfeiltasten zum ersten Gerät, First Device, wähle ein neues Gerät, USB-Stick oder DVD aus und speicher vor dem Verlassen deiner Einstellung. Speichern, Save Changes und Verlassen, Exit. Falls du etwas falsch gemacht hast, kannst du nach einem Neustart wieder ins BIOS-UEFI gehen und die Voreinstellung laden. Einfach mit Load Defaults. Das musst du dann wieder speichern und es ist alles wie vorher. Hat es jetzt geklappt, schaltest du den Rechner aus, legst deine DVD bzw. deinen Stick ein und startest den Rechner neu. Jetzt wird über den Stick oder die DVD gebootet. Keine Panik, es ist noch nichts von eurem Betriebssystem verloren gegangen. Also alles, was ihr vorher auf euren Rechner hattet, ist noch da, in 1 zu 1 Zustand. Er hat jetzt nur den Boot-Stick benutzt, um damit eine Festplatte aufzubauen und ein gesamtes Linux-Mint-System. Testet es mit euren ganzen Komponenten, die ihr habt, mit dem Drucker, mit dem Netzwerk und, und, und. Ich hatte überhaupt keine Probleme, muss ich sagen. Es liefen sofort alle Geräte, alle Geräte wurden sofort erkannt. Auch proprietäre Treiber wurden erkannt. Das heißt zum Beispiel Nvidia-Grafikkarten mit den Original-Treibern. Und hier unten haben wir einen Button, ähnlich dem Windows-7-Button. Hier finden wir die ganzen Programme. Auf jeden Fall können wir jetzt schon ins Internet. Hier haben wir ein Firefox. Wir können sogar ein Office-System öffnen mit LibreOffice. Auch das ist vorinstalliert. Das wird dann hinterher alles schon nach der Installation drauf sein. Dann wollen wir mal die Installation starten. Da müsst ihr keine Angst haben. Noch bleibt euer System erhalten. Gehe auf Deutsch. Weiter. Hier auch wieder Tastaturbelegung Deutsch. Weiter. Und hier haben wir die erste Abfrage. Sollen auch Sachen von Drittanbietern installiert werden können? Auf jeden Fall. Und an der Stelle steht jetzt nur bei mir Festplatte löschen und Linux-Mint installieren. Wenn ihr das auch habt und diesen Schritt jetzt ausführt, dann ist alles weg, was auf der Festplatte vorher war. Normalerweise erkennt ihr alles, ob ein Windows-System drauf ist oder nicht. Bei mir ist jetzt hier auf dieser Maschine, das ist eine virtuelle Maschine, keins drauf. Und deswegen kann er das Windows auch gar nicht finden. Aber in den meisten Fällen findet er das und dann könnt ihr hier sofort mit weitermachen. Andererseits könnt ihr auch noch auf etwas anderes gehen. Und wenn ihr ein bisschen Ahnung habt vom Partitionieren der Festplatte, dann könnt ihr eure Festplatte untersuchen und auch hier einzelne Partitionen einstellen. Also sogar eine neue Partitionstabelle erstellen und so weiter und so fort. Aber in dem Bereich braucht man vielleicht schon ein bisschen Erfahrung und man kann sich sehr vieles kaputt machen. Gut, dann gehen wir hier auf Zurück und installieren Linux-Mint unter dem ersten Punkt. Jetzt installieren. Hier kommt nochmal ein Warnhinweis, dass alles verloren geht. Weiter. Genau das will ich. Beziehungsweise ist die Festplatte sowieso leer. Ihr sucht ihr eure Zeitzone aus. Der steht schon auf Berlin, das hat er schon erkannt. Auf Weiter. Ich nenne das jetzt einfach mal Mint. Dann sagt der Name des Rechners. Ich habe hier Mint Visual Box. Dann einen Benutzernamen eingeben. Das könnt ihr natürlich alles ändern. Und hier das Passwort. Dann meckert er. Passwort zu kurz. Ich versuche es trotzdem mal. Und dann kann ich noch die Option auswählen, automatisch anmelden. Wir gehen mal auf Weiter. Obwohl er sagt, das Passwort ist zu kurz, macht er es aber trotzdem. Linux bringt seine meisten Programme mit. Und hier könnt ihr euch das mal anschauen, was es da alles gibt. Hier haben wir Firefox, Netflix, YouTube. Dann haben wir natürlich die Möglichkeiten Spotify oder Rhythmbox. Das sind die Programme zum Abspielen von Videos. Da habt ihr auch die Möglichkeiten verschiedene auszuwählen. Ich nehme standardmäßig meistens den VLC. Der Celluloid ist auch ganz gut. Der ist schon mit integriert. Hier können wir Bilder verwalten. Das sind die Programme, die ja automatisch schon installiert. Auch Inkscape und Gimp sind einfach zu handhaben. Dann haben wir natürlich sowas wie Skype, WhatsApp. Was man da alles so braucht. Oder Telegram, die ganzen Messenger. Und das ist die Produktreihe von dem Linux Office. Dem LibreOffice. Analog zu OpenOffice. Der Quellcode stammt von Sun. Und hier hat eigentlich Microsoft, glaube ich mal, ein bisschen gespickt. Und wer glaubt, mit Linux kann man nicht spielen, der irrt. Denn auch Steam hat mittlerweile entdeckt, dass Linux eine tolle Plattform ist. Und viele Programme von Steam laufen auch auf Linux Basis. Und wir können auch Windows Programme zum Laufen bringen. Klassiker. Wobei hier auch so Klassiker dabei sind. Wer kennt zum Beispiel das Programm Lemminger? Das ist dann hier mit Pinguin. Also diese ganz klassischen Spiele sind auch schon dabei. Dann haben wir eine Dropbox. Und auch Minecraft könnt ihr spielen. Und Blender, unser 3D-Programm. Hier haben wir die VirtualBox. Sowas kann man installieren, um andere Betriebssysteme unter Linux laufen zu lassen. Wine is not an Emulator. Das ist eine Laufzeitumgebung für Windows-Programme. Und hier haben wir unsere Arbeitsumgebung. Mit verschiedenen Desktops. Das heißt hier übrigens Schreibtisch. Das System aktuell halten. Das geht auch wunderbar. Hier haben wir nicht bitte warten. Windows muss noch ihr System aktualisieren oder noch nicht herunterfahren. Da kriege ich wirklich mittlerweile die Krise. Wenn man das hier kennt. Das braucht man nicht. Es bleibt dann überlassen, wann man die installiert oder ob man die überhaupt installiert. Da wird man zu nichts gezwungen. Und hier nochmal das Hilfesystem. Es ist eine riesen Community auf der ganzen Welt verteilt, die da mitarbeitet. Mint ist auf Ubuntu-Basis aufgebaut. Ubuntu ist meistens noch ein bisschen bekannter. Aber wenn ihr Probleme habt, könnt ihr auch gerne bei Ubuntu-Users schauen. Das wird unter Mint auf jeden Fall funktionieren. Beides kommt von Debian-Projekt. Man kann sich da schnell verirren. Und ich empfehle euch jetzt einfach mal Linux Mint auszuprobieren. Denn das ist wirklich schnell. Auch auf alten Maschinen. Und der Windows 7 Benutzer muss sich da kaum umstellen. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Aber dann schreibt mir auch warum. Bis dann. Tschüss. Wie? Wie ist es? Wie? Wie?